Niemand interessiert dich für deine Top 3 Tipps. Wenn deine Marketingstrategie immer noch aus Mehrwert besteht, dann hast du keine Ahnung von Social Media. Deine Zielgruppe setzt diese Tipps sowieso nicht um und es gibt wesentlich leichtere Möglichkeiten, um als Experte wahrgenommen zu werden. Folge mir für mehr Social Media Tipps.